Willkommen zu unserem heutigen Thema, die Werbung der Zukunft, psychografisches Targeting. Hierzu darf ich Ihnen meinen Gast vorstellen, den Professor Just van Treek, Studiendekan für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Herr van Treek, wir haben ja ein bisschen Glück, dass wir heute überhaupt die Gelegenheit haben, uns kennen zu lernen, denn ein bisschen Schuld daran ist Donald Trump und auch Cambridge Analytica. Warum das so ist, vielleicht hören wir dazu gleich ein bisschen mehr. Psychografisches Targeting hört sich erst mal recht kompliziert an. Erklären Sie vielleicht uns mal den Begriff, was ist das eigentlich? Also letzten Endes ist es gar nicht so kompliziert. Im Grunde ist es auch kein Fortschritt, sondern ich spreche quasi immer davon, dass wir eigentlich einen Schritt nach vorne 100 Jahre zurück gemacht haben. Also all das, was ein guter Verkäufer immer schon konnte. Ich spreche gerne von Tante Emma und heute Tante Emma 2.0, was Tante Emma oder der Autoverkäufer sehr gut konnte. Das versuchen wir quasi wieder in die digitale Welt zu bringen, denn in einer ganz kurzen Sequenz, ich gehe in den Autohandel rein, dann scannt mich der gute Autoverkäufer und weiß haargenau, den van Treek, dem lasse ich erst mal fünf bis zehn Minuten mit dem Auto ganz alleine, bevor ich den anspreche. Und bei jemandem anders merkt er dann sofort auf den Los und mit dem Reden, das ist eine bestimmte Kompetenz, die wir quasi übersetzen können in die digitale Welt, um zu targeten. Nicht mehr nach 19 bis 49 und männlich, sondern eben, was ist das für ein Mensch? Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Die Idee, die ursprüngliche Idee hat, glaube ich, mehrere Startpunkte. Zum einen liest man schon sehr, sehr lange in unterschiedlichen Lehrbüchern, sowohl für die Betriebswirtschaftslehre im Marketing, auch in der Psychologie, in der Wirtschaftspsychologie, dass wir quasi ein Ende erreicht haben, was das soziodemografische Targeting angeht. Und immer mit dem Hinweis in den Lehrbüchern, dass da jetzt irgendwie was Psychografisches kommen muss, was Psychologisches kommen muss, aber ohne eine Antwort, wie das Ganze aussieht. Das ist einmal so eine Wurzel. Und die zweite Wurzel ist eine ganz pragmatische, wo mich dann quasi ein Vordenker des Targetings, der Wolfgang Pscheid aus der Serviceplan-Gruppe von Mediascale vor Jahren mal angerufen hat in 2011 und sagte, Mensch, Van Treek, damals waren wir noch Sie, Mensch, Van Treek ist hier irgendwie so zur Demografie, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich verdiene da zwar mein Geld mit, aber wir müssen mal nach vorne schauen, hast du nicht eine Idee? Und da haben wir dann damals das erste Mal etwas entwickelt, was tatsächlich Zielgruppen identifiziert hat, nach Persönlichkeit und nicht nach Alter, Einkommen und Geschlecht. Ich glaube, damals hatten Sie sogar eine große Mini-Kampagne gemacht oder Ähnliches. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, wo Sie jetzt das so erzählen. Also 2011, das ist jetzt schon wirklich etliche Jahre her, haben wir das damals gemacht für einen BMW 1er, wo man sagen konnte, okay, wer ist denn so die Zielgruppe für einen BMW 1er? Da haben wir einmal so einen Golffahrer mit Geld, also jemand, der sagt, ich brauche irgendwas mit einem guten Wiederverkaufswert, mit einer hohen Qualität, wo die ganze Familie reinpasst und am besten noch mit einer guten Finanzierung. Und auf der anderen Seite ist so ein 1er-BMW ja auch was für den kleinen Angeber, ja, der irgendwie ein heißes, kleines Rennauto haben will und dann noch ein BMW. Da merkt man schon, das sind Personen, die muss man ganz anders ansprechen. Das war damals ein Case, der ist dann präsentiert worden auf der DMEXCO 2011, 2012. Alle haben applaudiert, fanden es toll. Keiner wollte es kaufen. Die Zeit war einfach noch nicht reif. Ja, die Zeit ist noch nicht reif. Dann ist irgendetwas passiert. Ich habe zum Einstieg auf Donald Trump hingewiesen, der ja an sich immer sehr gescholten wird und auf Cambridge Analytica. Was ist da passiert? Wodurch, was haben die dann zu tun, dass es mehr Aufmerksamkeit generiert hat? Eigentlich ja schade, dass es so ein negatives Ereignis ist, was dann quasi so ein Thema so nach vorne spielt. Aber wir nehmen jetzt einfach die positivsten Konsequenzen davon. Das war Ende 2016, quasi kurz nach der Wahl von Trump, wo sich alle gewundert haben, wie konnte das denn funktionieren? Gab es einen Artikel von Michael Kosinski, der hieß, ich habe die Bombe nicht gebaut, ich habe nur gesagt, dass sie gibt. Und der Michael Kosinski war einer der Forscher aus dem allerersten Kreis, aus dem sich hinterher Cambridge Analytica entwickelt hat. Der hat quasi den ersten Datensatz irgendwann mal erhoben in Facebook mit einer ganz anderen Absicht. Eigentlich für Forschungszwecke, für psychologische Forschungszwecke. Und das ist dann quasi so ein bisschen missbräuchlich verwendet worden, auch seiner Ansicht nach damals schon. Und der hat halt quasi das erste Mal aufgedeckt, Mensch, da ist was passiert, was nicht so ganz astrein ist. Und quasi das ist rausgekommen, glaube ich, Anfang 1., 2., 3. Dezember und am 4. Dezember stand bei mir das Telefon nicht mehr still. Müssen Sie jetzt Tantiemen nach Amerika irgendwie bezahlen? Ja, also eigentlich müsste ich mal, wenn ich Michael Kosinski mal irgendwann treffe, dem müsste ich mal mindestens einen Kaffee ausgeben, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber der ist auch ganz gut im Forschungsgeschäft. Der hat damit tatsächlich sich auch viele Türen aufgestoßen als derjenige, der mit großen Datensätzen, psychologischen Datensätzen ganz spannende Sachen untersuchen kann. Stellen wir doch mal die beiden Methoden gegenüber. Die meisten Werber kennen ja das soziodemografische Modell Targeting. Ja, da werden die Zielgruppen ausgesucht nach Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnort, Familienstatus vielleicht. Wo sind da die gravierenden Unterschiede und warum reicht heute dieses soziodemografische Targeting einfach nicht mehr aus, um wirklich seine Zielgruppe erreichen zu können? Ja, ich glaube wir müssen so, der allererste Punkt ist die Frage, die man sich mal stellen muss, warum machen wir denn überhaupt Zielgruppen? Viele machen das einfach, weil man es so macht, aber dahinter steckt ja schon eine gute Idee, nämlich dass ich eine kommunikative Effizienz erreichen möchte. Das heißt, mit möglichst geringem Einsatz von Mitteln möglichst viele Leute besonders passend zu erreichen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich meine, wenn ich weiß, meine Zielgruppe ist Deutschland, in Deutschland, keine Ahnung, sind drei, vier, fünf Millionen Menschen, dann kann ich natürlich drei, vier, fünf Millionen Menschen nicht hoch individuell ansprechen. Also versuche ich, nach soziodemografischem Targeting, soziodemografischen Zielgruppenbeschreibung, möglichst ähnliche Individuen zu identifizieren. Und dann überlege ich, wer fährt denn vielleicht, keine Ahnung, ein Mini oder was auch immer. Das ist dann die sportliche Variante vom Mini, das sind vielleicht eher Männer, die müssen aber mindestens 25 sein, damit die genug Geld verdienen. Die sind aber auch nicht älter als 55 vielleicht und dann sind die noch besonders sportlich. Und so schneide ich mir quasi dann aus ganz Deutschlands eine kleine, so ein kleines Stück raus. Und das ist schon gar nicht so unclever, weil in diesem kleinen Stück kann ich ziemlich sicher sein, da habe ich einen sehr engen kleinen Karpfenteich mit einer ganz, ganz hohen Dichte von Targets von Menschen, die das interessiert. Unser großes Problem ist aber, dass die Art und Weise über beobachtbare Faktoren jemanden zu identifizieren, funktioniert leider nicht mehr so gut, wie das mal war. Wir haben, also wenn wir jetzt schauen, so in dem Alter, in der Generation meines Großvaters, der hat mit 14 seine Lehre begonnen und ist in diesem Unternehmen geblieben, bis dass er in die Rente gegangen ist. Da war jeder Abend begann um 20 Uhr mit der Tagesschau und am Sonntagabend auf jeden Fall den Tatort. Und es ging immer anfangs noch nach Italien in den Urlaub, später dann nach Holland in den Urlaub, aber es war quasi immer fix. Und für so eine Person kann ich tatsächlich auch sagen, Mensch ja, der ist genau in dieser kleinen Zielgruppe und da gibt es auch viele, die dem ähneln. Aber das verändert sich natürlich extrem, wenn wir uns anschauen, ich weiß nicht was, unsere Generation ist schon sprunghafter. Wir erzählen das manchmal gar nicht, wie sprunghaft wir sind, weil wir das gar nicht so mögen. Aber wenn ich mir die Generation meiner Studierenden anschaue, die gucken abends, schalten die ohne ein schlechtes Gewissen von Super-RTL rüber zu Arte, dann zu Dreisat und dann wieder auf irgendeine ganz schlimme Sendung auf irgendeinem anderen Privatsender. Und die erzählen das auch ganz freimütig. Wenn ich versuche, da irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden, wird es schon richtig schwierig. Und da habe ich dann natürlich über psychografisches Targeting, psychografische Zielgruppenbeschreibung schon die Möglichkeit zu sagen, was treibt die Menschen denn eigentlich an? Und daraus dann zu erklären, warum die sich denn für das eine und das andere in unterschiedlichen Situationen entscheiden. Vielleicht sollte man das noch mal ein bisschen näher beleuchten. Sie erweitern ja das soziodemografische Targeting um zwei weitere Dimensionen. Das ist die Persönlichkeit, aber auch Motive, Handlungsmotive. Genau. Da gibt es ja auch diese sogenannten Big Five. Habe ich irgendwo gelesen. Was ist das? Was kann man darunter verstehen? Also in der Psychologie ist es leider so ein bisschen, ist ein Begriff doppelt belegt. Nämlich, wenn wir von der Persönlichkeit eines Menschen sprechen, dann ist das so, ja wie sind Sie denn, wie bin ich denn? Das ist die Persönlichkeit mit allen Eigenschaften, die erklären, wie wir uns im täglichen Kontext über viele Situationen hinweg verhalten. Die Psychologie unterscheidet da aber nochmal in ganz, ganz viele Klassen, aber wir interessieren uns natürlich in der Werbung dafür für verhaltensrelevante Klassen. Und da kommen wir quasi nur noch bei drei Größen aus, die besonders gut dazu geeignet sind, Verhalten vorherzusagen. Und das sind in der allerersten Konsequenz Motive. Das heißt, was treibt denn den Menschen an? Und in jedem guten und schlechten Krimi fragt der Kommissar erstmal nach dem Motiv, um rauszufinden, warum denn jemand etwas gemacht hat. Das ist quasi auch das erste, wonach wir differenzieren. Dann das Zweitbeste zum Vorhersagen von Verhalten sind die Einstellungen. Das heißt, wovon ist mein Denken und Handeln geprägt? Bin ich eher ein rationaler Mensch, bin ich eher ein emotionaler Mensch oder eher ein handlungsgetriebener Mensch? Also der Dinge macht einfach, weil er sich immer schon so gemacht hat. Und erst in der dritten Konsequenz, in der dritten Stufe zum Vorhersagen von Verhalten sind diese Big Five geeignet. Das heißt, die Persönlichkeitseigenschaften. Bin ich extrovertiert oder bin ich introvertiert, bin ich gewissenhaft oder weniger gewissenhaft? Und dann können wir jetzt quasi alle fünf durchgehen. Und an der Stelle wundere ich mich tatsächlich, dass Cambridge Analytica diese Big Five so extrem nach vorne hebt und sagt, damit können wir hervorragend vorhersagen, wie sich jemand verhält. In der Rangfolge, wie wir das aus der psychologischen Wissenschaft seit 70, 100 Jahren wissen, sind die eigentlich erst an Stufe 3 von der Vorhersagekraft. Vor allen Dingen, da kann sich ja auch eine ganze Menge ändern. Also als ich ein bisschen recherchiert habe für dieses Thema, habe ich auch ein Beispiel gelesen. 2011 begann diese Serie Games of Thrones. Wer damals das guckte, 2011, galt eher als introvertiert. Dann ist ja die Serie so richtig durchgegangen, wurde ein richtiger Hit. Und heute kann man nicht wieder das Gleiche sagen. Wer die heute guckt, muss nicht unbedingt introvertiert sein. Also wie kann man das dann auffangen, solche Dinge? Was Sie auch vorhin ja gesagt haben, Verhalten ändern sich. Aber wie fließt das dann ein? Im Grunde ist es schon seit jeher die Kunst oder das Schaffen von Psychologen. Nämlich zu versuchen abzuleiten aus einem bestimmten Verhalten. Nicht von einem Verhalten aufs nächste Verhalten zu schließen. Sondern von einem bestimmten Verhalten zu schließen auf überdauernde Persönlichkeitseigenschaften. Mit denen ich dann wiederum in anderen Situationen im Kontext die miteinander verrechnen kann oder sagen kann, naja, das ist jemand, der ist extrovertiert, der ist in dieser Situation heute, reagiert der folgendermaßen. Klassisches soziodemografisches Vorgehen und Targeting funktioniert danach. Menschen, die dies machten, machten auch das. Nämlich, dass man sagt, Mensch, alle Leute, die irgendwie Game of Thrones gucken oder alle, die Fahrrad fahren, die, keine Ahnung, spielen auch Tennis oder wie auch immer. Die gehen quasi gar nicht zurück auf die eigentlichen Persönlichkeitseigenschaften. Was bedeutet das denn für die Werbe insgesamt? Sie müssen ja im Grunde ganz neu denken, was Zielgruppenauswahl angeht, aber auch wenn man an Kampagnen rangeht. Also es sind dann möglicherweise die üblichen Banner, die man immer noch schaltet und die normale Anzeige an sich eine Sache, die man sehr schnell wieder wegstecken sollte. Muss man ganz anders jetzt herangehen? Im Grunde muss man auch nicht so viel anders rangehen. Wichtig ist nur, dass man den kompletten Prozess von ganz Anfang, von der Zielgruppengestaltung bis hinten, bis zur Auslieferung vom Werbemittel und dazwischen steht dann ja noch Strategie und Gestaltung und Mediaplanung, wie auch immer, dass ich das tatsächlich komplett denke. Und auch da kann ich quasi, das klingt erstmal kompliziert, aber im Grunde ist es genau dasselbe wie bei Tante Emma oder dem guten Autohändler. Ich muss mir nicht nur Gedanken darüber machen, wen habe ich denn vor mir, sondern ich muss mir als nächstes auch Gedanken machen, was für ein Thema ist denn für den relevant? Um dann passend dazu Werbemittel zu gestalten und die dann an die richtige Person auszuspielen. Das bedeutet, wenn wir jetzt bei dem BMW Beispiel von vorhin bleiben, ist es klar, wenn ich dem, der dieses Auto eigentlich als kleiner Angeber haben will, wenn ich dem ein, keine Ahnung, ein Leasinggrauen Fünftürer BMW mit einem großen Kofferraum zeige, dann macht den das nicht so an. Andersrum dem rationalen Golffahrer, der will gar nicht wissen, was für ein Rennauto das ist. Ich muss halt wirklich zielgerichtet wissen, wen habe ich vor mir und dann für denjenigen eine entsprechende Kommunikation auch vorhalten. Wie kann man denn aus dem Surfverhalten, das machen ja sehr viele Unternehmen, jetzt auf die Persönlichkeit schließen? Auch da spielen ja Stimmungen eine große Rolle, dass ich mir im Moment was angucke, wo ich vielleicht ein bisschen depressiv bin, mal ein bisschen besser drauf. Also wie lässt sich dann aus dem Surfverhalten auf Persönlichkeitsmerkmale schließen? Da haben wir jetzt nochmal, da kommt jetzt, die Psychologie ist dann doch manchmal ein bisschen komplizierter noch, aber da kommt jetzt quasi noch eine Klasse ins Spiel, dass man sagt, wie ist es denn mit Stimmungen? In der Psychologie unterscheiden wir zwischen sogenannten States und Traits, also dem Zustand, was eher Stimmung, Emotionen sind und dann dem, was überdauernd ist, die Persönlichkeitseigenschaften. Wir arbeiten im Moment sehr fokussiert mit den Persönlichkeitseigenschaften und nicht so mit den momentanen Stimmungslagen, bin ich jetzt gerade etwas trauriger oder bin ich ein bisschen fröhlicher, sondern nur grundsätzlich, was prägt denn jetzt gerade mein Gegenüber? Aber auch da gibt es unterschiedliche Niancen, das heißt, ich trage in mir quasi auch mehrere Persönlichkeiten, wenn man so will. Ich habe vielleicht ein ausgeprägtes Leistungsmotiv, das kommt besonders in den Vordergrund, während ich auf der Arbeit bin, in einem Leistungskontext, aber ich habe auch ein ganz ausgeprägtes Anschlussmotiv. Das kommt dann abends, wenn ich in den Feierabend gehe und meine Freunde treffe, dann rückt dieses Leistungsmotiv extrem in den Hintergrund und ganz wichtig ist der Austausch und der Anschluss und dann agiere ich danach. Kann man das Lesen aus dem Surferhalten? Ja, das kann man lesen aus dem Surferhalten. Hand aufs Herz, das Lesen ist weit entfernt von dem, was wir normalerweise in der psychologischen Diagnostik verwenden. Aber hier geht es ja nicht darum zu identifizieren, hat jemand eine Depression oder nicht und wie muss ich diese einzelne Person behandeln, sondern nur eine Grundeinschätzung quasi wieder wie unser Autohändler. Habe ich es eher mit jemandem zu tun, der sich gerne unterhält oder ist es eher jemand, dem ich erstmal ein bisschen Zeit für sich lassen? Wenn wir überlegen, wer guckt denn unsere Sendung? Das ist immer die entscheidende Frage. Wie erreiche ich meine Zielgruppe möglichst ohne Streuverluste? Jetzt kenne ich das soziodemografische Modell und das psychografische Targeting. Wie geht man denn da jetzt in der Praxis heran? Die Zielvorgabe ist, wir wollen die Zielgruppe möglichst ohne wenig Streuverluste erreichen. Jetzt habe ich das von Ihnen gehört. Wir kennen das alte Modell. Aber wer schaut denn die ersten Schritte? Wie geht man vor? Wer schaut denn im Moment Ihre? Wie wäre Ihre Zielgruppendefinition soziodemografisch im Moment? Gut, das sind natürlich viele Unternehmer, Selbstständige. Selbstständige Unternehmer, die werden ein bisschen älter sein. Wir sagen so mit 18, 20 Jahren können wir nicht so viel anfangen. Was haben Sie sonst noch? Die werden vielleicht ein bisschen höheres Einkommen haben. Wofür interessieren Sie sich sonst noch? Oh, das sind nur wieder soziodemokratische Punkte. Das sind nur wieder soziodemokratische Punkte, genau. Das schauen wir jetzt an. Nur, dass wir so dieses Kontrastbild dazu haben. Wie geht man da vor? Ich muss als erstes quasi mal untersuchen, was liefert denn überhaupt mein Produkt? Weil es muss ja einen Nutzen haben, eine Relevanz für meinen Konsumenten. Und dann kann man sich hier unser Format, Ihr Format, kann man sich anschauen und sagen, naja, wem macht das denn besonders Spaß? Und das werden Menschen sein, ist jetzt so meine Einschätzung aus dem Bauch heraus, tatsächlich Menschen mit einem durchaus ausgeprägten Leistungsmotiv. Die wollen informiert sein, die wollen die neuesten Trends kennen. Das ist eine Zielgruppe, für die das denn spannend ist. Das kann man mit einem normalen Test machen, wo ich das einer Zielgruppe dann zeige und sage, wie ist denn eure Persönlichkeit? Hat euch das gefallen? Hat euch das nicht gefallen? Und da kann ich einschätzen, wem macht das denn besonders viel Spaß? Wenn ich das einmal weiß, nehmen wir an, das sind Leistungsmotivierte und das sind vielleicht auch ein bisschen emotional Leistungsmotivierte, weil die sagen, ich setze mich jetzt nicht an ein Lehrbuch oder vielleicht noch in eine Universität, sondern ich mache ein paar schnelle Insights, ein Video, wie auch immer, vorsortiert, zack, zack, Informationen rein. Dann kann ich halt wiederum im Netz auch identifizieren, wo ist denn ein ähnliches Verhalten zu finden? Wo treiben sich denn Menschen rum, die ein ausgeprägtes Leistungsmotiv haben und recht emotional sind? Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das aber auch einen sehr hohen organisatorischen Aufwand von finanziellen Dingen gar nicht zu sprechen. Wie aufwendig muss man sich das Ganze vorstellen? Man muss ja sehr viel mehr wissen, sehr viel mehr recherchieren. Ja, also letzten Endes, ich glaube gar nicht, dass der Aufwand so viel höher ist. Wenn man sich anschaut, was im Moment quasi in der Werbung und Mediaplanung getrieben wird, ist der Aufwand quasi genau derselbe. Es ist nur eine Frage von einer anderen Auswertung der Daten. Man schaut einfach aus einer anderen Perspektive darauf und man hat schon vorher sich Gedanken darüber gemacht, was kann denn mein Produkt und was kann es denn nicht und welcher Zielgruppe kann ich das denn angedeihen lassen? Ich muss halt nur ein neues Verständnismuster darüber legen. Tatsächlich sind wir im Moment noch in so einem Bereich, wo wir ja quasi so Vorreiter-Pilotprojekte fahren. Da ist natürlich der Aufwand ein bisschen größer und da lohnt sich das für einen größeren Werbekunden wie Mini eher mal als für irgendeinen kleinen Hersteller von Hosen oder keine Ahnung, Zahnbürsten oder was auch immer. Aber im Grunde sind wir ganz klar auf dem Weg zu sagen, das ist ein Prozess, den kann man sehr simpel runterbrechen, man kann sehr simpel raussuchen, was hat denn mein Produkt für Vorteile, um dann hinterher auszuwählen, auf welche Zielgruppen geht es denn. Bei der Entscheidung, was man einsetzt, geht es da um ein entweder oder oder immer gemeinsam? Das ist quasi ein immer gemeinsam. Also dann wäre, glaube ich, auch so ein Modell und neue Herangehensweise quasi zum Scheitern verurteilt, wenn wir sagen würden, schmeißt bitte alles über Bord, was ihr bisher gemacht habt. Und das ist alles Unsinn gewesen. Wir wissen ja, dass das nicht Unsinn gewesen ist. Es funktioniert ja ganz gut. Wir wollen einfach nur noch ein paar Kohlen mit aufs Feuer legen und eine neue Erkenntnisstufe haben. Gut, letzten Endes geht es ja um das Ergebnis. Genau. Das, was sich verändert, ist Folgendes. Wir stellen quasi ins Zentrum die Psychologie, die Psychografie A unseres Produktes im Match zur Zielgruppe. Und dann setze ich hinterher wieder Soziodemografie ein, wenn ich sage, oh Mensch, jetzt ist meine Zielgruppe ein bisschen zu groß geraten. Das sind ja in Deutschland, keine Ahnung, sieben, acht, neun Millionen Menschen. Ich habe gerade mal ein Budget, um, keine Ahnung, nur vier Millionen Menschen zu erreichen oder zwei Millionen. Dann ist Soziodemografie ein extrem sinnvolles, das sinnvollste Werkzeug, um meine Zielgruppe wieder einzuschränken. Dann kann ich mir vorstellen, dass bei einem Auto ich entscheiden könnte, naja, die sollten mindestens 18 sein, damit die einen Führerschein haben. Oder ich kann mir vorstellen, bei, keine Ahnung, einem Herrenanzug, dass Frauen anzusprechen vielleicht doch nicht ganz so sinnvoll ist. Auch da gehe ich immer wieder in Diskussion und sage, Moment mal, wer überzeugt denn Papa davon, dass das Auto ganz toll ist, vielleicht der 16-jährige Sohn? Und wer überzeugt denn ihn davon, dass der Herrenanzug ganz toll aussieht, nämlich die Frau? Trotzdem sind es natürlich Erwägungen, die ganz logisch sind, wo man sagen kann, da schränke ich nochmal ein. Aber Soziodemografie ist nicht mehr da, um die Person zu beschreiben, sondern wirklich nur noch, um die Zielgruppe einzuschränken. Und Hand aufs Herz... Das erste Kriterium, ob die überhaupt ein bisschen näher definieren können. Genau, weil auch Hand aufs Herz, wenn ich sage, also ich, wenn die Zielgruppenbeschreibung, die wir haben, wenn ich mir anschaue, dass alle Männer zwischen 45 und 50, die in Großstädten in Deutschland wohnen, ein Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3.000 und 5.000 Euro haben, das ist schon eine sehr feine Zielgruppe, dass die alle ein und dieselbe Person sein sollen, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke. Das kann einfach nicht sein. Und an der Stelle wird nochmal klar, welche besondere Relevanz das hat zu sagen. Ich muss quasi auf die Persönlichkeit eingehen, und das ist dann letztendlich vollkommen egal, ob die jung, alt, Mann oder Frau sind. Da hole ich quasi meine Leistung her. Wichtige Frage natürlich auch, woher kommen eigentlich die ganzen Daten, die für das psychografische Targeting eingesetzt oder verwendet werden? Das ist eine ganz klassische Frage, weil ja sofort die Befürchtung besteht, Mist, jetzt muss ich ganz andere Daten und viel mehr Daten und noch neue Daten zusammensammeln. Das ist nicht der Fall. Also ich hatte damals, ich bin ja ziemlich blauäugig, ohne Wissen davon, wie diese Mediabranche, die Werbebranche funktioniert, bin ich da reingegangen und war dann erstmal überrascht. Wenn wir an einem kein Mangel leiden, dann sind es Daten. Und auch Möglichkeiten, Daten zu erheben. Das heißt, alle Daten, die wir brauchen, um zu bestimmen, was ist das für eine Person, sind auf jeden Fall in Unternehmen vorhanden, die auch nur rudimentär Daten sammeln. Da sei es quasi die Cookie-Daten von der eigenen Webseite, die verläuft, die man hat, oder CRM-Daten oder, oder, oder. Warum sind quasi alle Daten sinnvoll verwendbar? Weil ich ja quasi nie was anderes mache, als menschengemachtes Verhalten. Also alle Daten, die menschengemacht sind und nicht von einer Maschine, die kann ich quasi wiederum übersetzen in die kernpsychologischen Beschreibungsdimensionen. Das ist einfach das Standardhandwerkszeug des Psychologen. Wenn wir über Daten sprechen, liegt es nahe, auch über Datenschutz zu sprechen. Jetzt im Mai gibt es ja die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, die eine ganze Menge, vor allem die Rechte des Bürgers, eher schützen soll. Im nächsten Jahr gibt es ja auch da noch die E-Privacy-Verordnung, die das Ganze nochmal verschärfen soll. Welche Auswirkungen hat denn das neue Datenschutzrecht auf dieses psychografische Targeting? Ja, also in erster Linie müssen wir, glaube ich, immer ganz glücklich sein über diese neue Datenschutz-Grundverordnung, weil einfach tatsächlich zu viel Schindluder mit Daten getrieben wurde. Also das sind all die Fälle, die wir kennen. Wir haben irgendwo mal ein Häkchen bei irgendeinem Mobilfunkvertrag oder, keine Ahnung, im Supermarkt gesetzt bei irgendeiner Bonuskarte und bekommen ab da dann Werbung für Dinge, die wir nie haben wollten. An der Stelle finde ich es ganz gut zu sagen, wir müssen quasi mal aufpassen. Es muss mal eine Regulation geben, die sagt, Moment, bitte, lieber Verwerter von Daten, gehe damit sorgsam um. Und auch das ist ja immer noch die Idee, dass ich als Werbetreibender meinen Kunden fragen darf, darf ich mit deinen Daten umgehen? Und dann kann ich sagen, ja, aber der Kunde hat halt ein bisschen mehr Macht darüber und kann nochmal sagen, du musst mir aber sagen, was du damit tust und du musst mir auch einfach die Möglichkeit geben, das wieder zu löschen und, und, und. Gehen wir jetzt mal davon aus, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt im nächsten Jahr, im Laufe des kommenden Jahres erleben werden, in den nächsten zwölf Monaten erleben werden, dass wir auf Webseiten, wo auch immer wir uns rumtreiben, noch häufiger klicken müssen. Ich bin damit einverstanden und ich habe auch gelesen, dass irgendwo eine E-Mail-Adresse steht, wo ich dann mich beschweren kann, wenn ich möchte, aber letzten Endes den Konsumenten interessiert es nicht so großartig. Der Konsument wird eher auch genervt sein von diesen ganzen Logins, Haken, Opt-in, Opt-out, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Deshalb, ich befürchte jetzt erst mal nicht so große Konsequenzen. Daten können nicht mehr so ganz drastisch und einfach gesammelt werden. Es werden weniger Daten, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir quasi sowieso einen totalen Daten-Overload haben und das, was noch übrig bleibt, wird immer dazu reichen, noch ein gutes Targeting zu betreiben. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch interessant zu wissen, Herr Van Treek, was war denn so schlimm bei Cambridge Analytica? Was haben die da gemacht, dass das wirklich so negativ war? Bei Cambridge Analytica ist tatsächlich was gemacht worden, von dem ich auch denke, das ist sehr fragwürdig. Cambridge Analytica, meines Wissens nach, wir müssen es immer beschränken, auch das, was so an Informationen auch durchdringt, Cambridge Analytica arbeitet mit hochidentifizierten Daten. Das heißt, die können einsammeln über Facebook, da habe ich den Herrn Blüchel, der ist so und so alt und dann werden da alle Daten hinten herangeschrieben und dann kann ich in den USA, ich weiß nicht, ob das dort geschehen ist oder nicht, aber in den USA kann ich dann noch mich bei einer Kreditkarten-Company melden und sagen, Mensch, habt ihr irgendwie Daten in dem Blüchel? Dann sagen die, ja, für 7,58 Dollar kannst du die haben, die werden noch hinten herangeschrieben. Dann kann ich mich beim Fitnessstudio melden und fragen, wisst ihr was über den? Ja, wird auch nochmal für 3 Dollar hinten herangeschrieben und dann kann ich mich bei der Telefongesellschaft melden und das wird auch nochmal hinten herangeschrieben. Und damit habe ich dann hochidentifizierte Daten und genau auf Sie als Person wird dann eine Nachricht ausgespielt. Und das ist etwas, was viele Menschen unruhig werden lässt, mich eben auch, wenn es hochidentifiziert ist auf die Person. Man kann dann aber auch ablesen, warum Cambridge in Deutschland oder quasi in Europa außer UK quasi gar nicht agiert hat. Das liegt an unseren guten Datenschutzrichtlinien, EU, Safe Harbor. Die Expansionspläne von Cambridge öffentlich gemacht waren halt Nordamerika, UK, weil die jetzt raus sind aus der EU und die haben, glaube ich, ein Headquarter in Malaysia, also in Asien. Überall dort, wo man es mit dem Datenschutz nicht so ernst nimmt wie bei uns in Europa. Deshalb müssen wir uns hier, glaube ich, kaum Gedanken darüber machen und wenn jemand ein Thema damit hat, dann weil er seinen Facebook-Account in den USA mal angemeldet hat. Das passiert hier nicht. Deshalb stehen die, glaube ich, auch zu Recht in der Kritik. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie machen wir das? Wie ist unser Vorgehen? Wir gehen quasi wieder genauso vor wie der Verkäufer. Wir nutzen quasi nur kurze Surfsequenzen. Unabhängig davon, welche Person dahinter steht, wird einfach nur gesehen, da geht jetzt gerade jemand ins Internet. Ich kann so ein bisschen seinen Pfad nachverfolgen, auf welchen Webseiten der war und danach entscheide ich jetzt, was ist das denn für eine Person und danach wird ausgesteuert. Danach werden die Daten sofort wieder weggeworfen. Nicht unbedingt, weil wir das unbedingt müssten, ab Datenschutzgrundverordnung schon, sondern weil es einfach nur sinnvoll ist. Ich muss ja feststellen, in welchem Zustand ist die Person gerade. Ist es gerade das Leistungsmotiv während der Arbeitszeit oder ist es das Anschlussmotiv während der Freizeit, was gerade eben schlägt und das kann ich halt quasi nur an der letzten Surfsequenz identifizieren. Wenn man ein bisschen so in die Zukunft jetzt ein bisschen schaut, im Grunde sprechen wir jetzt über die personalisierte Werbung. Im Bereich Medizin, das kennen Sie wahrscheinlich auch, gibt es ja auch die personalisierte Medizin, aber auch die individualisierte Medizin, also ein Aspirin nur für den Professor Loves-Fan-Präg, ist sowas auch mal im Bereich Werbung vorstellbar, dass man sagt, okay, ich kann die Werbung so gestalten, dass ich weiß, okay, der fährt nur so ein Auto, der mag nur dunkelblaue Jacketts, der trägt diese Socken und so weiter. Ist das mal vorstellbar? Das ist absolut vorstellbar und ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung da sogar mithilft, das zu beschleunigen, weil ja immer mehr gefordert wird, dass ich den Kunden ganz explizit frage, darf ich deine Daten verwenden? Vorher musste ich mich so ein bisschen zurückhalten und habe da manchmal nicht gefragt, weil ich nicht fragen wollte, weil wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Aber es wird jetzt so sein, dass sich auch viele Medienhäuser zusammenschließen quasi um so Login-Allianzen, dass quasi 10, 12, 20 verschiedene Medien sagen, wenn du dich bei einer unserer Seiten einloggst und sagst, das ist okay, dass wir deine Daten verwenden, dann können wir die auch überall verwenden. Und daran hängt dann ganz schnell auch zu sagen, Mensch, wolltest du uns nicht ein bisschen mehr verraten, hat für dich zur Folge, dass du nicht irgendeinen Unsinn präsentiert bekommst, sondern extrem viel weniger Werbung, dafür passt die aber perfekt auf dich. Ich glaube, das wird eher auch die Zukunft sein. Ist das auch einer der Gründe, warum Sie gesagt haben, okay, ich bin zwar Prof an der Uni, wenn ich das salopp sagen darf, sondern Sie beschäftigen sich jetzt auch als Unternehmer genau mit diesem Thema? Ja, das ist natürlich so die Konsequenz. Mein Herz schlägt tatsächlich als Professor dafür, alles, was wir so an Wissen generieren, auch auf die Straße zu bringen. Ich bin besonders glücklich, wenn ich sehe, da funktioniert auch etwas. Also nicht nur der Theoretiker, der beweisen kann, auch dass es funktioniert. Genau, da gibt es Kollegen, die beschäftigen sich damit und sagen, wunderbar, ich gebe noch ein bisschen den letzten Effekt rein. Mein besonderer Antrieb ist zu sagen, ich bin gespannt, wie können wir das denn tatsächlich umsetzen, wie funktioniert es draußen auf der Straße? Und so ist dann quasi für mich die Entscheidung irgendwann entstanden, nach Ende 2016, dass es immer mehr Projekte wurden, sich gezeigt hat, wie toll das funktioniert. Entweder lasse ich das jetzt sein, weil jetzt quasi mein Forscherherz befriedigt ist, oder aber es da eigentlich noch mehr rauszuholen. Können wir noch mehr Dinge ausprobieren, das noch praktischer umsetzen und da muss man dann halt so ein bisschen schauen, wie man mit seinen Kapazitäten umgeht und da ist die Entscheidung gefallen. Gut, wenn ich das in dem qualitativ hochwertigen Maße weiter anbieten will und auch schauen will, dass wir das in vielen Projekten durchbringen, ist dann halt, arbeite ich jetzt in Teilzeit teils nur noch als Professor und an der anderen, auf der anderen Stelle. Ja, die Theorie und Praxis ist ja eine ganz sinnvolle Geschichte. Und da ist auch, das ist auch etwas, was unserer Hochschule sehr am Herzen liegt, dass wir quasi immer wieder diese Vernetzung haben. Ich stelle mir vor, ich würde als Professor für Werbung, Werbekonsumentenpsychologie, würde ich gar nicht mehr in der Praxis arbeiten. Da bin ich ja nach drei oder vier Monaten erzähle ich Sachen, die schon gar nicht mehr wahr sind. Da ist diese Vernetzung, glaube ich, unglaublich spannend, auch für Studierende. Ich bekomme auch immer diese Feedbacks. Wir machen auch viele Projekte, wo wir das dann nochmal an der Uni testen können. Das ist, glaube ich, eine ganz glückliche Kombination. Ganz kurz nochmal, weil wir vorhin über individualisierte Werbung gesprochen haben. Ich wollte Sie noch ansprechen auf Gefühle, Emotionen. Die sind ja bisher nicht mit dem psychografischen Targeting zu erfassen oder zu messen. Ist das auch noch so eine Zukunftsvision, zu sagen, okay, wenn ich das weiß, bin ich schon fast auch bei der individualisierten Werbung. Ja. Es gibt heute schon Anbieter, die sich sehr darauf fokussieren, quasi sehr explizit auf die Gemütslagen des Konsumenten. So wie wir das im Moment halt vorhalten, ist es tatsächlich zu sagen, wir wollen über die stabilen Themen gehen und nicht die hochsituativen. Wir sind auch situativ, dass ich sage, irgendwie im Leistungskontext bin ich anders als im Anschlusskontext. Ja, aber eine Stimmung ist noch nicht dabei. Das wäre quasi so für mich als Forscher die nächste Ausbaustufe, zu sagen, okay, wenn ich den Grundstrom habe, dann kann ich quasi hinterher auch nochmal messen, wie es denn mit der momentanen emotionalen Lage aussieht. Das scheint zu funktionieren. Da sind Anbieter am Markt, die da, glaube ich, ganz erfolgreich mit sind. Bei uns wäre es quasi die nächste Ausbaustufe. Okay, jetzt wirklich letzte Frage. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer sagt, okay, ganz spannend, finde ich ganz spannend. Bisher machen wir vor allem das Soziodemografische. Psychografische ist überlegenswert oder sollte man, was tue ich dann, also was sind die ersten Schritte, wenn für mich jetzt das Thema neu ist? Gibt es da bereits schon eine ganze Reihe von Dienstleistern? Ja, im Moment gibt es noch nicht so viele Dienstleister, weil wir da sehr weit vorne sind. Tatsächlich sage ich immer, melden Sie sich gerne. Ich bin immer, mein Antrieb ist halt, neue Sachen zu erfahren und auszuprobieren, zu sagen, wir können irgendwie auch mal mit kleinen Produkten, mit kleinen Angeboten, wie auch immer, oder jemand sagt, ich habe hier irgendwie schon ganz lange Erfahrung mit dem und dem gemacht, kann man das irgendwie zusammenbringen? Das ist besonders spannend, das auszuprobieren. Es wächst halt immer weiter auf und der Aufwand ist eigentlich recht gering mit extremen Zuwächsen in der Effizienz. Das heißt, das, was wir beobachten können, ist bisher noch keines unserer Reagenzglasprojekte, die ja irgendwie jetzt immer noch alle einzeln zusammengebaut sind, schon nach Standards, aber quasi immer noch Taylor-Made auf das nächste Projekt, haben immer ganz extreme Effizienzsteigerungen, dass plötzlich die Costs per Conversion sich mindestens um die Hälfte reduziert oder aber wir extrem viel mehr Conversions, vier, fünf, manchmal zehnmal mehr Conversions mit dem gleichen Budget erreichen. Also von daher lohnt sich das, glaube ich, fast für jeden. Okay, ja, Frank, herzlichen Dank. Vielleicht in Kürze oder im Welte mal wieder dann mehr über die individualisierte Werbung, wenn wir dann schon weit sind. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website und natürlich auch mehr Informationen zu meinem Talkgast und zum Thema psychografisches Targeting. Herzlichen Dank.